Der April, der April, der macht, was er will. Und besonders natürlich der 1. April. Liebe Wilerinnen und Wiler, selbstverständlich ist mein Wahlkampfinterview bloß ein 1. April-Scherz gewesen. Ich danke Simon Dudley von Hallenwil für diese Idee und möchte die Gelegenheit nutzen für einen Ostergruss an Sie alle. Ich wünsche Ihnen gesegnete Ostern und viel Kraft in dieser herausfordernden Zeit. Bleiben Sie alle gesund. Und vor allem bleiben Sie jetzt zu Hause und folgen Sie den Weisungen des Bundesrats. Denn die Wahl des neuen Stadtpräsidenten oder der neuen Stadtpräsidentin ist erst am 27. September. Ich wünsche Ihnen bis dann eine gute Zeit. Ich wünsche Ihnen bis dann eine gute Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit den Schwerzen und den Schwerzen sehen. Vielen Dank.